Träume, bis deine Träume wahr werden. Arbeite, bis deine Träume wahr werden. Habe den Glauben, bis deine Träume wahr werden. Sie werden wahr. Wenn sie wahr werden, träume weiter. Arbeite weiter. Glaube weiter. Es sind deine Träume. Sie halten dich am Leben. Sie geben dir Kraft. Sie geben dir einen Grund aufzustehen. Deine Meinung über dich selber wird zur Realität. Die einfachste Weise, Angst vom Scheitern zu überwinden, ist, Angst zu haben, es nicht zu tun. Angst zu haben, was einem entgeht, wenn du es nicht tust. Welches Leben dir entgeht, wenn du es nicht tust. Was uns Menschen leiden lässt, sind unsere Gedanken. Verändere deine Gedanken, es verändert sich deine Welt. Hab Kontrolle über deinen Verstand. Hab Kontrolle über dein Denken, über deine Gedanken. Lass Denkmuster, die dich runterziehen, nicht mehr zu. Lass Gedanken, die dich powerlos machen, nicht mehr zu. Hör auf, dir die Gründe zu sagen, warum du deine Träume nicht leben kannst. Fang an, dir die Gründe zu sagen, warum du deine Träume leben musst. Es gibt keinen Weg, ich erschaffe den Weg. Es gibt keine Möglichkeiten, ich erschaffe Möglichkeiten. Es gibt keine Gelegenheiten, ich erschaffe Gelegenheiten. Verlierer tun etwas, es funktioniert nicht, sie geben auf. Erfolgsmenschen tun etwas, es funktioniert nicht, sie geben nicht auf. Sie machen es, bis es funktioniert. Wenn du an Überarbeiten glaubst, an Burnouts glaubst, gehst du nur bis zu einem bestimmten Punkt und hörst auf. Wenn du glaubst, es gibt Grenzen, gehst du bis zu einem bestimmten Punkt und hörst auf. Erfolgsmenschen glauben und wissen, dass es keine gibt. Keine Grenzen, keine Überarbeitung, keine Burnouts. Musik 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 Musik